Sein täglicher Weg zur Schule führte vom Gutshaus mit dem Garten dahinter, über den Hof mit den holprigen Steinen, über die lehmige Dorfstraße, die in die Welt führte. Eine Fahrt durch Deutschland am heißesten Tag des Jahres. Eine Fahrt zu Hans-Jürgen Süberberg. Süberberg, der entrückteste unter den Filmemachern des neuen deutschen Films. Filme über Romy, Ludwig II., Wagner und Hitler. An deutschen Träumen und Albträumen hat er sich abgearbeitet, in monumentalen Dimensionen. Süberberg, einst München, heute Nossendorf-Vorpommern. Hier ist er geboren. Hierhin ist er zurückgekehrt. Durch die unendliche Tiefe des Weltraums wandern zahllose Sterne, leuchtende Gedanken Gottes. Sie alle sind glücklich. Denn Gott will die Welt glücklich. Nur einer ist unter Ihnen, der dieses Los nicht teilt. Drei Tage dürfen wir bei ihm sein. Eine Mahnung gibt er uns auf den Weg. Glauben Sie nicht, dass ich mich irgendwo hinsetze und aus meinem Leben erzähle. Es gibt ja viele Leute, die geboren sind und zurückkommen oder andere, die zurückkommen. Dann ist es schon diese Kombination meines Oeuvres in Verbindung mit dieser Realität. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Eigentlich darf es ja nicht sein. Man darf ja etwas, was in der Kunst aufgegangen ist, wie zum Beispiel diese Erinnerung an diese Jugend hier, Kindheit und das Haus, was darf man nun nicht wieder herstellen in der Realität. Das ist eigentlich nicht erlaubt. In der Kunst nicht erlaubt. Nun mache ich genau das Gegenteil. Ich sage, gut, ich stelle das wieder in der Realität her und siehe da, es wird dann eigene Art von Film. Es ist eben auch Film, aber anders, in anderer Form. Man macht Räume. Es gibt jeden Tag die Webseiten. Es gibt mein Tagebuch. Das ist auch eine Art von Film. Ohne filmisches Denken wäre das nicht möglich. Das, was ich dann auch liebe, das ist dieses nicht einschichtig Arbeiten in vielen Schichten. Wir haben vorhin über die Dorfschule in Notendorf gesprochen, die Entdeckung des Kanons. Und der Kanon arbeitet mit vielen Stimmen, wo man dann also eine Stimme, zweite, dritte, vierte und vier bis acht Stimmen, die übereinander liegen. Also so ein wachsches Prinzip, wo dann alles übereinander sich schiebt und baut und stürmt und wieder auseinander geht und wiederfindet und so weiter. Und dieses optisch-akustische Spiel, das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Also es muss sich ja aufbauen irgendwie und widersprechen in sich. Und das kann man eben einfach in so kurzer Form schlecht machen. Bei so einem Thema wie, weiß ich, die Nacht oder Hitler. Und so war es immer. Ich habe nur einmal richtig kürzen müssen, das war bei der Romy. Und da hat mein Herz schon sehr geblutet, aber ich konnte nichts machen, weil es sei ein Vertrag da und ich habe ihn gebrochen. Durch Überlänge. Drei Tage verbringt Süberberg mit Romy Schneider 1965 in Kitzbühel. Sie will den jungen Filmemacher treffen, dessen Dokumentarfilme so anders sind. Süberbergs Filme entstehen meist spontan, ohne große Recherche und folgen der Chronologie des Erlebten. Romy kannte ich relativ wenig mit dem Rande und ich habe das als Auftrag nur verstanden. Ich dachte, nur gut, kann man sich hier hineinarbeiten. Ich bin 27, das ist ja nicht so alt. Ich will nicht mehr meine ganze Kraft und meine Nerven nur für diesen Beruf hergeben. Es ist mir nicht mehr genug. Es genügt nicht mehr. Sie wollen den Weg aus Paris. Ja. Das hat gar nichts mit Paris zu tun. Mich wollte sie ja. Sie wollte ja, dass ich komme. Und dann habe ich gedacht, du machst jetzt einfach mal eine Dokumentation über ein Wochenende bei ihr. Was herauskommt, das wird sie mir dann schon präsentieren. Die Zusammenarbeit endet in einem Desaster. Harry Mayen, Romis späterer Ehemann, mischt sich in die Postproduktion ein und erzwingt Änderungen. Ich habe das Bedürfnis, einen Platz zu haben, der mir gehört, wo ich meine Ruhe habe, wo ich hingehen kann. Dann waren wir ja so miteinander vertraut, dass ich dann, als es zu dem Eklat kam, mit dem Auftritt von Harry Mayen, dass ich sehr enttäuscht war. Wirklich, also ich war also wirklich, ich konnte mich gar nicht mehr fassen, weil ich mit ihr ja so gut war. Das kann nicht sein, dass sie mich so verrät. Das ist kein Wort gesagt. Das hat nicht mitgesprochen. Kein Ah ja, aber und nein, das ist alles ganz anders. Nur Harry Mayen gesprochen, erstaunlicherweise haben sie nicht angerührt, diese letzten Szenen am Kamin, die ja nun sehr besonders waren. Die haben sie nicht angerührt, andere Teile. Da gibt es auch 8mm-Aufnahmen von meinem Vater, wo wir hier sitzen und Fotos. Hier war das, das war also im Sommer der Platz des Frühstücks. Nur war es ganz relativ schattig, weil hier zwei riesige Linden standen, also die waren hausüberhaus hoch, wuchsen so eng ineinander und waren dann wie ein Baum. Und den haben sie dann Ende der 70er Jahre abgeschlagen. Ich weiß auch selbst nicht warum. Der Vater, Weltkriegsteilnehmer, zieht aus dem Rheinland nach Pommern und kauft 1925 das Gut Nossendorf. Hier wächst Hans-Jürgen Süberberg auf. Die Mutter verlässt die Familie kurz nach der Geburt. Mein Vater war ja im Ersten Weltkrieg, als ganz junger, also mit 17, 18 ist er so gleich los. Er wollte von zu Hause weg und von der Schule weg und dann los und hat auch vier Jahre lang da mitgemacht. Und war begeistert eigentlich von dieser Gemeinschaft. Krieg hasste er seitdem, aber die Gemeinschaft, die mochte er. Und er war ja bei der Kavallerie, deshalb waren wir ja auch hier, weil hier ja Pferde waren dann. Und diese Gemeinschaft, dieses Gefühl in der Gemeinschaft zu leben, das hat er damit auch hierher übertragen. Und so hat er auch hier das verstanden, dass man also immer eine Gruppe ist. Die einen machen das, die anderen machen das, die einen wohnen da, die anderen wohnen da. Ein bisschen ständisches Denken. Was das leuchtende Auge war, der frühesten Erinnerung an die Kinderzeit, dies ockergelb der abgeblätterten Wände, mit ausgestochenen Augen nun in grauer Gegenwart. Die Linden aber, die Linden, hinter dem Haus an der Terrasse sollen noch stehen. Sein täglicher Weg zur Schule führte vom Gutshaus, mit dem Garten dahinter, über den Hof, mit den holprigen Steinen, über die lehmige Dorfstraße, die in die Welt führte. Edith Kleber wollte unbedingt hierher, und zwar an den realen Ort ihres Kunstwerks. Denn sie hat ja in dem Film Die Nacht die Erinnerung beschrieben. Da gibt es ja ein ganzes Kapitel Nossendorf drin. Und nun wollte sie da hin. Das war gleich im Herbst 1989. Da ist die Mauer viel. Und ich habe mich gesperrt. Ich kannte Fotos von Leuten geschickt, wie es hier aussieht, ahnte ich. Aber sie drängte, und ich habe mich so geschämt, als ich hier war, weil es so fürchterlich war. Ich habe es ja kaum erkannt. Wenn ich nicht Fotos vorher gesehen hätte, hätte ich es nicht erkannt. Der Eindruck war entsetzlich. Es war also wirklich kaum vorstellbar. Aber ich dachte damals mir schon, naja, was machst du damit? Die Menschen verjagen kann man auch nicht. Wie soll das alles geschehen? Ich hatte keinen Plan. Ein Haus im Osten, ein anderes im Westen. 1965 lernt sie über Berg auf der Suche nach einem Urlaubsdomizil Konrad Graf Potschi kennen. Ein Hippie in Lederhose, der schlagzeugspielend fröhlich dem Verfall seines Schlosses zuschaut. Warum habe ich mir den Potschi gesucht? Das ist mir später eingefallen. Dieser Potschi, das war ja auch einer meiner ersten längeren Filme, hat im Schloss gewohnt am Ammersee. Schönes, barockes Schloss mit den zwei Türmen. Und dann ist er von einem Tag auf den anderen ausgezogen. Blieb alles drin. Der wohnt da, der fühlt sich da wohl. Er hat keine Ansprüche. Er hat ein Schloss und der könnte so leben. Personal halten und herrlich angezogen sein und alles. Aber das interessiert ihm nicht. Langsam! Mach auf! Mach auf! Langsam, langsam! Der soll jetzt da nur dich beschäftigen. Und der Potschi war eben ein Beispiel dafür, wie im Westen das aussieht. Nicht enteignet, sondern selbst untergehend. Aber mit einer gewissen Würde in Lederhosen, Fußballspielen, Schlagzeugspielen und so weiter. Als noch mit letzter Geste des 20er Jahre in die Bar in München mit dem Univog fahren. Also eine sehr seltsame Erscheinung, bayerische, italienische Abkunft, jüdische Mutter. Süberberg 1978 zu seiner Arbeit als Dokumentarfilmer. Eine Epoche kann man an einem Haus, einer Person, einer Reise genau und übersichtlich demonstrieren, wenn Gegenstand und Thema als Zentrum eines Spannungsfeldes gut gewählt sind. Dieser Potschi war eben einer von denen, die sinnbildhaft auch im Westen gezeigt haben, das ist zu Ende in den heutigen Gesellschaften, die sich als Lebensformen. Süberberg dreht seinen Potschi-Film für das bayerische Fernsehen. Hier beginnt er seine Filmarbeit nach dem Studium in München, in der Abendschau. Es entstehen ungewöhnliche Beiträge zwischen drei und 30 Minuten. Schnell eilt dem unermüdlichen Reporter der Ruf eines Wunderkindes voraus. Süberberg macht aus Beiträgen kleine Filme. Naja, ich wusste, was ich wollte, aber ich konnte mich vor allem unterordnen. Also, ich machte mich so unsichtbar wie er jetzt mit der Kamera. Also, das heißt, ich habe auch meine Leute einmal angewiesen, macht euch nicht auffällig und seid immer im Hintergrund. Ansonsten bin ich immer der Sache gefolgt, die stattfand. Oktoberfest 1964. Die Abendschau schickt Süberberg los, um einmal anders vom Volksfest zu berichten. Es wird ein Experiment in Bild und Ton. Aus meiner Schätzung des Statistischen Amtes der Landeshauptstadt München liegt der Wirtschaftswert des Oktoberfestes bei 100 Millionen Mark. Süberberg dazu. Im Non-Fiction-Film braucht man Ruhe und Kraft und ein starkes inneres Auge. Der wurde sehr bekämpft. Da gab es dann sofort, also meine erste Kritik zu dem, was ich da so eigentlich versteckt machte im lokalen Bereich der Abendschau. Da gab es einen wütenden Artikel, den man, den nenne ich gar nicht mit Namen und den kann man vergessen auf ewig und so weiter. Das war eine Sauerei und unser Oktoberfest so kaputt zu machen. Die Aufgabe ist klar. Ein Bericht, nur so. Lassen Sie sich was einfallen. Auch gut. Wie lange besteht die Abendschau, wie viele Oktoberfeste korportiert, wer hat noch nicht. Hart, im sogenannten Realismus vielleicht. Beim Morgen, Mittag, Nacht. Sollte man bei Regen, da war anders. Der Intendant sagt, was habt ihr denn da wieder gemacht? Der war dann immer so streng, hat das überhaupt nicht verstanden. Das heißt, da gab es Ärger. Bei der Auftragsverteilung bekam ich dann weniger zu tun. Und musste mich langsam wieder hocharbeiten. Das ist so wie im Sport, wenn man irgendwas verloren hat, muss man sich wieder anstrengen. Sie können ja alles wegschneiden, wenn wir das nicht brauchen. Süberbergs tägliche Arbeit. Seit 2001 führt er auf seiner Website Tagebuch und nennt es die Kunst in Nossendorf zu leben. So, und dann gehe ich mal auf die heutige Seite. Da haben wir also hier vorne einen Text. Und zwar über die Situation... Da mache ich das ein bisschen leiser. Da haben wir vorne einen Text zur Situation hier in Nossendorf 20 Jahre nach der Mauer. Und zwar auf der einen Seite das, was die hiesigen Menschen betrifft, an Vorteilen und an Erfahrungen. Und auf der rechten Seite das, was ich hier erlebt habe und wie meine Situation da ist. Das ist teilweise ziemlich hart von beiden Seiten. Aber man erlebt dadurch oder findet da, erklärt aufgrund meiner Beobachtungen, Erfahrungen, den verschiedenen Stand der beiden Teile des Landes sehr genau. Aber ich habe dann eben auch sehr viel darüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, dass man diese früheren Schlösser und Gutshauser im gewissen Maße auch ganz anders verstehen muss. Man hat sie immer nur gesehen als repräsentative Orte des Luxus und des Wohllebens oder ich weiß nicht was. Oder des Lohns für jemanden. Ich finde, dass im Gegenteil diese Orte einen ungeheuren Aufwand, Energie auch verlangt haben. Man hat das bei Ludwig ja gesehen. Mit dem ganzen Hofstaat war eine wahnsinnige Entwicklung von Energie und auch das Ritual, die Zermonie des Aufstehens und zu Bettgehens, der Feste und der Verlustierungen und der Parks, wo man dann wieder kleine Satelliten baut, wo man hinging und Musik machte, Theater spielte, sich traf. Das war einfach Kultur. Während der neue deutsche Film die Künstlichkeit der Studios meidet, entdeckt Züberberg Anfang der 70er Jahre das Filmatelier als perfekten Raum. Hier kann ich Kathedralen des Filmes bauen, neue mythische Modelle schaffen. Als ich diesen Film begann, war der Ludwig überhaupt eine Novität, würde ich sagen. Und da hatte ich direkt Angst, diesen Film zu machen, weil ich doch das Gefühl hatte, hier ein Neuland zu betreten. Ja, ästhetisch war es natürlich der Kuh, weil Visconti ging in die Realität. Und ich bin dann ins Studio gegangen und wir haben einfach ein Dia reingeschoben. Und dann sagt, nee, nicht dieses Dia, zu dem Tag nehmen wir lieber das andere mit dem V. Oder die Entwurfsskizze zu Passival hinter den Ludwig. Und schon waren wir in einer anderen Welt. Züberberg entdeckt bei Recherchen zu Ludwig die Lebenserinnerungen des Hofkochs Hirneis. Ungeahnte Perspektiven tun sich auf. Der König betritt sein Schloss. Groß, stattlich, schön, blass. Eine geisterhafte Erscheinung. Mit großen, dunklen, aber unheimlich leuchtenden Augen. Ein rätselhafter König. So habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Der König nicht, aber der Koch ja. Der darf ins Schloss. Weil das war ja nun so ein Kontrast. Den Sedlmayr durch die Räume des Königs gehen zu lassen. Das ging. Und zwar eben sehr schön gemacht, ohne künstliches Licht. Durch die Tourismusströme hindurch. Mit dem Reichmann vom BR haben wir drei Wochen gebraucht. Weil immer diese Touristen raus mussten. Das heißt, wir haben immer gedreht, immer schnell in der Pause. Wenn die mal gerade Tür zu, schnell, schnell. Und dann kamen die wieder rein. Der erste Diener musste den König einschließen. Und die Schlüssel mitnehmen. Am nächsten Tag musste er ins Zimmer kommen. Die Vorhänge öffnen. Licht machen. Und eine Tasse Tee bringen. Ja, der Ludwig, der fällt einem auch immer wieder ein. Also, wie ich da so in seiner Wagner-Beziehung. Es ist wirklich gigantisch, was er dadurch möglich gemacht hat. Und dann auch diese Nachtauftritte, dass er plötzlich nachts da gelebt hat. Das ist einfach ungeheuer. Und dieses Bauen, was das heißt. Man merkt das hier im ganz Kleinen. So, wie was entsteht und wie man das behaupten muss. Und diese Fantasie entwickeln mit allen Anlagen. Und wohin dann, an welche Stellen in der Landschaft. Das ist schon eine ganz besondere Existenz gewesen. Film als Musik der Zukunft. So schreibt Süberberg 1975. In Frankreich feiert man seine Filme als cineastische Revolution. Als Versöhnung von Theater und Film. Staatspräsident Giscard d'Estaing geht nicht zur Visconti-Premiere. Er geht lieber zu Süberberg. In Deutschland gerät er Gefeierte ins Abseits. Die Kritik liebt ihn nicht. Er ist politisch verdächtig. Obskurant und rückwärtsgewandt scheint seine Leidenschaft für die Nachtzeiten der Spätromantik. Schuldabtragen nennt es Süberberg. Traumatisch natürlich 45. Klar, da kamen die Russen. Die Vergewaltigungen, Plünderungen und so. Das war dann schon ein Bruch. Ein wahnsinniger Einbruch. Da waren Sie zehn. Da war ich ja neun. Quasi im Mai neun. Und wurde im Dezember ja dann zehn. Und, ähm, aber, äh, das war dann auch, brachte ja eigentlich die ganze Welt zusammen. Also, was vorher, äh, getragen wurde von dem System des Gutes meines Vaters, war dann plötzlich weg. Storchenzimmer, Garagenstürmereien, abgelissen vor kurzem. Als Sie das Haus in Pommern veränderten, nach 45, Bilder verglichen von jetzt mit denen aus dem Album der Kinderzeit, stießen Sie zuerst die Fenster raus und Türen, dann überzogen Sie das Haus mit einem grauen Putz. Der Hof, ein Schotterhaufen. Die strohgedeckten Scheunen und Ställe zusammengebrochen und ohne Ersatz. Morgen. Das ist der Weg. Es ist ja so, das habe ich herausgefunden, es findet man in jedem Dorf, die Gutshäuser oder Schlösser, die waren immer verbunden mit der Kirche. Das war immer eine Einheit der Anlage von Gutshäusern. Und, äh, diese Verbindung ist auch hier zu finden. Es gibt also das Haus, den, den Weg hier, ähm, zum Tor hinaus, praktisch in die Welt und rüber dann, äh, zu Friedhof, Kirche und dahinter war die Schule. Oder so war es auch noch bis vor einem Jahr. Das ganze DDR wurde das eigentlich, äh, erhalten. Und dann, äh, plötzlich vor einem Jahr, äh, wurde hier zugemacht und, äh, dort hinten zugemacht. Und ist, äh, der Weg wurde praktisch privatisiert, äh, für die Auffahrt von dem Anrainer, der dort wohnt. Sein täglicher Weg zur Schule führte entlang dem Dorfteich mit den hingeduckten Strohhäusern der Leute und ihren kleinen Ställen zum Friedhof. Einer Kirche mit dickem Turm zur Schule, wo der Küster lehrte aus bunten Fibeln in gemeinsamer Klasse. Wenn ich dieses Haus wieder herstelle, aus, äh, nicht nur finanziell, sondern auch aus geistig, aus meinem, dem, meinem Leben heraus, aus dem Werk, äh, was ja dazugehört. Wie gesagt, das wird ja nicht nur beschrieben, sondern immer wieder taucht da, sind da Verweise, äh, in, in das Werk, ähm, und vom Werk her. Ja, und dann muss ich aber mich auch kümmern um dieses Allgemeinwesen hier, ähm, und das heißt nicht, äh, Straßensäuberung und andere Dinge, obwohl ich sehr gern da, äh, was dazu sagen würde, was hier falsch läuft. Ähm, ähm, aber zumindestens, was die Kirche betrifft, die Achse dahin. Der Kampf um Weg und Kirche ist Züberbergs Obsession. Die Hartnäckigkeit macht ihn hier nicht beliebt. Aufbegehren des Ästheten gegen kulturelle Gleichgültigkeit. Das war das Billigste, für einen Euro. Das war ein Telefonhäuschen. Ein Telefonhäuschen, und, äh, das wurde nicht mehr gebraucht, und dann hab ich gesagt, naja, also für einen Euro reiß ich es einfach ab. Das war ein Abriss, so ein Objekt, und dann hab ich natürlich benutzt als Bunker für meine Dinge. Das sind die Plakate, also, von verschiedenen, äh, Events und Titeln. Hier, äh, die Skarabäer, das war also der erste Spielfilm. Äh, das Plakat zum Tollstück auf Sardinien. Dann, äh, geht's Ludwig, ähm, Ähm, das war dann eine, äh, Aufführung später in, äh, Paris. Ähm, ähm, und, ähm, Für den Hitlerfilm, die vor, also, Form des Plakats, dann später das Plakat O's Oben für Frankreich. Natürlich, meine ganze Präsenz und Wirkung kommt ja aus dem Ausland nicht. Also, eigentlich die Entdeckung, also, der, der, der einzelnen Filme, ähm, und die Reaktionen darauf kamen immer von außerhalb. Und daher gibt's auch die Plakate, weil dort, das wurde es ja vorgeführt, und so wurde es ja fast nicht vorgeführt. Auf dem Weg zur Premiere. Mit dabei Tom Laddy, der ehemalige Leiter vom Pacific Film Archiv in Berkeley, und die Kritikerin Susan Sontag. Nicht im Kino an der Ecke wird der Film gezeigt, sondern in Opern und Konzerthäusern. Sieben Stunden Film mit eineinhalb Stunden Pause. Damit wird der Hitlerfilm wie von selbst zu einem außergewöhnlichen Ereignis. Alle, die nur noch einmal Stalingrad sehen wollen, oder den 20. Juli, oder den einsamen Wolf im Bunker seines Niedergangs, oder das Nürnberg der Riefenstahl, müssen wir enttäuschen. Wir zeigen nicht die nicht wiederholbare Realität, auch nicht die Gefühle der Opfer mit ihren Geschichten, auch nicht die Geschichte der Sachbuchautoren und die großen Geschäfte mit Moral und Horror. Mit Angst und Tod und Buße. Angst, ja sicher, schlaflose Nächte, ja. Die Form zu finden, es ging ja nicht darum, wie im Bunker bei Eichinger einen einsamen Mann zu zeigen, der dann also beginnt oder endet, sondern den hab ich ja bewusst anders versucht zu beschreiben. Dann kam ich natürlich immer wieder zu Punkten, wo ich sagte, ich muss da jetzt was machen, den muss ich durch und das muss auch noch rein und wie stelle ich's da? Ich mag nicht mehr. Du behandelst mich wie einen Albtraum, der auf deiner Brust hockt und dir den Schweiß beim Schlafen raustreibt. Geschäfte. Nichts als Show. Alles für die Kunst. Für den Film. Hitler. Als Teufel. Und im vollen, brennenden Haus. Der Teufel als Moralist. War er doch immer schon. Söberbergs Hitler ist ein Sieben-Stunden-Erlebnis. In den Bavaria-Filmstudios gedreht, mit dem jungen Bernd Eichinger als Herstellungsleiter. Ein Hitler, wie man ihn bis dato noch nicht gesehen hatte. Als Volkstribun, Erlöser, vom deutschen Volk herbeigesehnt und gerufen. Eine Ausgeburt der Spätromantik. Eine einzige Provokation. Susan Sontag nennt den Film ein Jahrhundertwerk. Francis Ford Coppola bringt ihn in den USA heraus. In Paris stürmen sie die Kinos. In Deutschland schweigt man. Er läuft hier nur im Fernsehen. Söberbergs Kommentar. Das Kino ist der Sarg des deutschen Films. Nach Hitler dreht Söberberg keine großen Atelierfilme mehr. Das Licht geht aus. Es kommt die Nacht. Und Edith Klever. Das haben wir auch gar nicht da hängen. Müsst ihr eigentlich wahrscheinlich da hinhängen. Da fehlt ja eins. Das passt ja nicht da hin. Nun kam sie von der ganz anderen Ecke her. Sie kam ja sehr aus der 68er-Zeit. Schaubühne mit so einem gewissen Revolutions-Ego. Das hatte ich ja nur hinter mir. Ich kam ja aus dem Osten. Ich wusste ganz genau, was das heißt. Also musste diese roten Dinge nicht mitmachen. Wie sind Sie auf sie gestoßen? Na ja, klar. Also man kannte sie ja aus dem Theater. Sie kannte sie in Filmen, Fernsehen. Und dann ging es ja über die Besetzung von der Kundry im Parsifal. Im Parsifal hatte ich ja Schauspieler genommen, die einfach die Lippen bewegten nach dem Text. Das war für sie gar nicht einfach, weil ohne Sprache aufzutreten, also stumm ja, aber mit offenen Mund und Worten, die sie zwar spricht, aber dann selber nicht formuliert. Das war ihr natürlich also ein sehr irritierendes Moment zunächst. Hat sie aber dann doch ganz gern auf sich genommen. So habe ich sie dann kennengelernt und daraus entstand dann die Idee, ja dann machen wir doch mal was. Nur sie und dann aber eben auch mit Sprache. Und daraus entstand die Nacht. Aber gleich schon sechs Stunden. Reisen ins Innere, Das weite Land der Seele, in das wir fliehen. Durchs Weltall nach innen geht der geheimnisvolle Weg ins Innere der Nacht. Die Nacht, das sind Texte von Süberberg, Kleist, Hölderlin und Nietzsche. Auf dreimal drei Metern geprobt in Edith Klevers Berliner Wohnung. Sechs Stunden, eine Person vor dunklem Hintergrund. Uraufführung in Paris. Die deutschen Bühnen verweigern sich. Es wird ein Film gemacht. Weitere Folgen. Zehn Jahre arbeiten Klever und Süberberg zusammen. Die Edith Klever, die hatte ja auch heimlich beim Körtner immer geschaut. Die hat in München studiert, also war in der Schauspielschule in München. Und hat auch hinten immer teilweise mit geschaut und gehorcht und heimlich. Und ich eben dann auch in meinem Zusammenhang. Und dann als wir die Monologe machten, fanden wir uns da in der gleichen Art, mit der Sprache umzugehen. Und diese Monologe sind eigentlich die Fortsetzung dieser Art von Sprachbeobachtung. Herr Kortner, können wir anfangen? Das Theater fasziniert Süberberg seit der Schulzeit. In Ostberlin lernt er Brecht kennen, im Westen, Jahre später, Fritz Kortner und dreht mit ihm zwei Filme. Dokumente der Theaterarbeit. Schule für Süberbergs späteres Schaffen. Was schlagen Sie vor, bitte? Da war ich nur selbst Produzent. Das war ein erster Film, den ich in eigener Produktion gemacht habe. Ich wusste, wir haben nur einen Tag Zeit. Also von morgens bis um 16 Uhr. Dann kamen die Arbeiten auf der Bühne für den Abend. Und dann fing er an, auf seine übliche Weise, ich hatte mich ja informiert, wie er funktioniert, fing er an, Schwierigkeiten zu machen. Ja, er muss alles anders werden, die Kamera will ich da nicht haben, die soll da. Ich hatte alles vorher mit ihm besprochen, aber er wollte es plötzlich anders. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann gab es Ärger. Ruhe, bitte, ja. Kann ich nicht ein Glas, Gott noch mal. Den Wein, den ist er nicht als Ostergeschenk getan. Und er wusste ganz genau, sein Kampf, er will es ja auch haben, wenn der jetzt aufsteht und mich entfernt, geht nichts weiter. Also musste er mitspielen, aber in Wut. Also nicht mehr freundlich, sondern mit Wut. Beim Schallobar ist er günstig. Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir es euch auch darin gleichtun. Wenn ein Jud einen Christen beleidigt, was ist es Christendemut? Nun, nun. Kortnack duldete keinen Widerspruch, hatte er meistens, wie ich immer dachte, recht auf der Bühne. In diesem Falle, bei Film, eben nicht. Hier war das Kinderzimmer, also ziemlich klein. Das ist natürlich schon eine Zelle, eine kleine, die so ihr Maß hat und von wo aus man dann vielleicht angefangen hat, sich zu entwickeln. Und vielleicht waren die ersten Zeiten gar nicht so günstig, weil meine Mutter war ja sehr schnell weg. Da war ich also noch, weiß nicht was, ein Jahr oder anderthalb. Da war sie schon weg und dann war ich hier alleine mit dem Vater. Und der Vater hat sich nicht sehr gekümmert und es war da irgendwie ein großes Chaos, bis die ersten Kindermädchen kamen. Und die wechselten dann sehr schnell. Immerzu wechseln, wechseln, wechseln. Also Bezugspersonen wechseln. Und das war wohl in den ersten Jahren schwierig. Sie sehen hier, schauen Sie, das war so auch der Zustand hier oben. Und so lag das alles rum und die Wende ist abgerissen und völlig notschreiend. Und so hier noch ein paar Bilder vom Zustand des Areals, da ich das übernommen habe. 2002 und 2003, so sah es da aus. Vorm Haus hier so Reste vom Pferdestall zugemauert. Und so, heute ist das ja alles Rosen und Grün. Diese Erscheinung, dass jemand also mitarbeitet an einem öffentlichen Gemeinwesen von Seiten eines Menschen, der auch sonst noch andere Dinge tut oder gerade andere Dinge tut, das fand ich schon ganz toll. Und was wollen die heute, die netten, lieben Demokraten an der Macht? Fragen Sie mal die Merkel nach Kunst. Und das ist eben einfach grausam, fürchterlich. Weil das Einzige, was wir sind, sind wir daraus heute noch. Hitler war Wagner. Aus Parsifal baue ich mir eine Religion. Was der Nationalsozialismus will, umschließen alles die Werke des Meisters. Auch das gehört zur Geschichte von Warnfried. Privates Leben und Hausgeschichten, als Teil der Kultur- und Geistesgeschichte verstanden. Strauß und Toskanini haben sich hier also sehr, sehr wohl gefühlt. Und eines schönen Tages ist also auch Adolf Hitler hier als Besucher erschienen und betrachtete also die Räume mit großen Wohlgefallen und sagte mir dann, ja, seitdem ich dieses Haus sehe, gefällt mir der ganze Obersalzberg nicht mehr. Na, also ich kannte ihn ja verhältnismäßig gut, das war im Jahr 36. Und da sagte ich auch, Sie möchten wohl am Ende gerne hier wohnen. Ach, sagt er, wenn das möglich wäre, das wäre ja herrlich. Diese Kunstpolitik der Diktatoren hat natürlich etwas sehr Gespenstisches und da kommen wir aber auch auf die Urgründe der menschlichen Existenz. Das haben wir bei der Merkel nicht. Die kann ganz nett sein vielleicht und ist sonst ganz bequem für die Beamten, aber auf die Urgründe der Politik und des Menschen kommen wir da nicht. Ja, aber das Leid ist doch entsetzlich. Ja, gehört dazu. Ja, gehört dazu. Hitler in Bayreuth. Der Diktator als Jünger Richard Wagners, als Gast und Freund der Familie. Recherchen zum Hitlerfilm führen Süberberg hierher. Er bricht das Schweigen Winifred Wagners. Es wird eine Reise dahin, wo Hitler seine geistigen Waffen geschmiedet sah. Ja, ein Fünf-Stunden-Film. Süberberg wird nach diesem Film vom Hügel verbannt. Nie unterschnitten, also irgendwas weggetan, sondern immer hintereinander weg. Und wenn dann eine Rolle auslief und der Ton war noch da, dann haben wir den Ton eben gelassen während des Rollenwechsels. Und da kam es ja dann zu den berühmten Sätzen. Weil sie dachte, das wird ja jetzt gar nicht sowieso, läuft ja nichts mehr. Aber das war ja ausgemacht, sie sieht das alles. Also es war nichts heimlich gemacht dann am Schneidetisch. Ja, wisst ihr, ich bin imstande, also ich meine, vielleicht versteht man das nicht. Ich bin imstande, den Hitler, den ich kenne, vollkommen zu trennen von dem also, was man heutzutage also ihm alles nun zur Last legt. Und ich meine, wenn Hitler zum Beispiel heute hier zur Tür reinkäme, ich wäre genauso fröhlich und so glücklich, also ihn hier zu sehen und zu haben, als wie immer. Welche Macht haben die Filmobjekte? Wo ergreifen sie Besitz vom Macher? Das fragt man sich in diesem Haus. Ein Zimmer in Nossendorf betreten wir zuletzt. Das ist ja das Zimmer, in dem ich auch geboren wurde, Schlafzimmer meiner Eltern. Und deshalb eigentlich doch ein wichtiger Raum. Wie gesagt, nicht in der Klinik geboren, sondern hier im Hause, ohne Hebamme. Einfach so. Nach Besuch eines Kinos. Meine Mutter und mein Vater, ja. Nossendorf ist der Urgrund Süberbergschen Schaffens. Anfang und vielleicht auch Ende. Er nennt das hier den Film nach dem Film. Da, wo der Gesang beginnt. Bild um Bild, Wort für Wort. Wo die Welt anders aussieht. Film des Lebens ist. Ja, ja, natürlich hat das was von einer Inszenierung hier. Ich inszeniere mich halt selbst. Das heißt also, das Ganze ist ja eigentlich eine Inszenierung, dieses Haus. Und schauen Sie, dieser Bär, der stammt also aus der damaligen Zeit. Ich habe ihn also, wie man ja sieht, sehr, sehr, sehr immer bei mir getragen und abgegissen Tag und Nacht. Und dann nahm eines Tages mein Vater mir den Bär weg und sagte, wenn du ihn weiter behältst, ist er kaputt. Weil das alles klappert hier dran rum und so weiter. Auge ein, Auge ist schon weg. Und dann hat er mir den weggenommen. War natürlich ein großes Unglück, diesen Bär zu verlieren. Und gesagt, ich verwahre ihn für dich. Und dann tat er ihn in seine Schreibtischstuhl. Ah, dann hat er gesagt, hier. Dann ist er übergeblieben bei allen Fluchten. Und ist er mitgekommen und ist nun heute wieder in Nossendorf. Links gibt es eine Vitrine mit den DVDs des Oeuvres. Da ist man ja auch stolz drauf. Das haben wir ja dann mit viel Mühen jetzt hergestellt. Der Antiselludern. Ich lebe mit den Schwalben, ja. Und weiß mehr als alle Forscher über das Leben der Schwalben. Ja, die folgen mir ja. Die wollen das Nest wieder über mir haben. Überm Bett. Die kommen ja einen Meter über mich, über meinen Kopf, jeden Morgen geflogen. Und sagen Guten Morgen. Und bleiben stehen, nicht im schnellen Flug. Sondern wie ein Hubschrauber über mir stehen. Und sagen Guten Morgen. Ich könnte sie greifen. Zu Süberberg fahren heißt, Teil seiner Welt zu werden. Der Zauber Nossendorfs ist mächtig. Und doch wirkt all das hier unwirklich. Es ist ein Inselleben. Es ist ein Film, umstellt von Filmen. In ihm wirkt der Künstler Süberberg ganz eins mit sich. Und weit weg von dem, was man Wirklichkeit nennen könnte. Und diese Filme hier liegen jetzt hinter Ihnen, oder? Ja. Vor mir, auf dem Bett. Da, wo sie hingehören. Die Filme liegen vor ihm. Aber was haben sie aus ihm gemacht? Ludwig, Hitler, Wagner. Band man die Gespenster der Geschichte, wenn man sich ihnen so stellt wie Süberberg? Schuld abtragen wollte er einmal mit seiner Arbeit. Es hat ihn zum Außenseiter gemacht. Was macht einer, dessen Leben Film ist, wenn er keine Filme mehr macht? Fragt Süberberg. Film heißt die Antwort. Film heißt die Antwort. Film heißt die Antwort. Film heißt die Antwort. Vielen Dank.